Hallo und herzlich willkommen meine lieben Zuschauer hier bei MyTimeAtPorsche. Ja, wir haben gestern schon mal angefangen die Bauteile zu besorgen, um die Uhr von der Schule zu reparieren. Hi, so you are the new builder in the town? Nein, ich bin der alte Builder, weil ich habe hier schon tausend Sachen gebaut. Weißt du das nicht? Mein Gott, jetzt hast du mich erst entdeckt. And here you are from Barnrock, it's a lot more down if you got some of the Humiditi? Humiditi? Humiditi hier. Was heißt das? Ich kenne das Wort nicht. Aha. Wir brauchen Milch, goldener Thunfisch und Salz to make the creamiest Salmon Stew. Salmon Stew. Okay. Der cremige, ja, Tintenfisch, habe ich Tintenfisch gesagt? Ich meine natürlich Thunfisch. Cremiger Thunfischauflauf. Dankeschön für das Rezept. Boah, ich sollte erstmal einen Kaffee trinken, bevor ich morgens anfange aufzunehmen. Ich glaube... Oh, guck mal, ganz viel Zeug. Noch ein Brief. Brief von Emily. Hey, auf meinem Spaziergang ist mir aufgefallen, dass du für Dawa und die Baumschule gebaut hast. Ich habe mich gefragt, ob du etwas Ähnliches für unseren Bauernhof machen könntest. Besuche mich mal, sodass wir darüber unterhalten können. Ja, das können wir gleich machen. Ich muss nur kurz die Schule reparieren, bevor die wieder zumacht. Also, jetzt macht sie erstmal um 8 Uhr auf. Wir gehen da mal rüber. Hey, fette Katze. Hast du vielleicht den Hund gesehen? Hund? Hund? Hast du was über den Hund gehört? Nein, ob du was vom Hund weißt. Ich habe das doch schon gesagt. Ich kann keine Katze. Ich kann Katzen nicht verstehen. Nein, ich spreche kein Katzig. Schade. Hey, könnt ihr mal kurz aufhören und mir sagen, wo der Hund ist? Sie weiß auch nichts. Und du? Okay, sie weiß auch nichts. Ja, dann erstmal zur Schule und die reparieren. Und da muss man die Houtet Cave noch bebannern, sozusagen. So, wo geht man hier hin? Guten Tag, Lucy. Vielleicht muss ich nach oben gehen? Doch an der Außenfassade arbeiten, oder was? Da oben hinkommen, oder was? Ich war da schon mal drauf. Da war kurz ein... Da. So. Läuft wieder. Uhr ist repariert. So, das hätten wir erledigt. Und jetzt müssen wir mal hier... Komm, wir fragen mal ihn. Remington. Ja, wer sollt die anderen mal fragen? Die sind auch auf Patrouille. Und dann haben die vielleicht was von dem gehört. Ja, wer... Wer könnte denn... Was ist das? Was hast du denn da gemacht? Aha. Gut. Aber was hast du denn hier gemacht? Das war ja komisch. Er hat irgendwie gegraben da, oder so. Komm, wir fragen mal ihn. Den Manly Man. Hier. Wir fragen Alu. Im kollabierten Wasteland. Okay. Was war das hier oben? Collabierten Wasteland. Okay. Die Beschriftung ist auch neu. Wir gehen schon mal aufs Schwert. Was gab es denn hier eigentlich zu sammeln? Bambus Papayas. Bambus Papayas. Okay. So. Wir müssen noch mal hören, ob wir jetzt irgendwo so ein Bellen hören. So ein Pluffing. So. Gubi, gubi. Und die Hund. Find the dog. Ja, die sind halt jetzt hier überall. Wir ignorieren die kurz und wir kümmern uns später um die. Ist ja nicht nötig, dass wir uns jetzt hier tatsächlich andauernd prügeln, oder? Könnte der denn sein? Ja. Könnte der denn sein? Wird natürlich auch den Bus hierher nehmen können. Also, ich habe bisher noch kein Bellen gehört. so, wo könnte das sein? Wie laufen wir alle Ruinen hier oben ab? Hier ist ja der abgestürzte Satellit, oder der Teil jedenfalls. Wäre ja schön, wenn wir hier noch irgendwie das Ganze erkunden könnten, so ein bisschen, oder? So. Äh, 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 ach. Ich habe gerade irgendwie Probleme gehabt mit der Kamera. Die zittert so. Ja, ja, die wollen uns alle angreifen. Aber ich habe da jetzt keine Lust und keine Zeit. So, ich müsste nämlich den Hund finden. Wo könnte der sich denn aufhalten? Ich habe mal eine Kiste mal gefunden. Mal gucken, was da drin ist. Räutermischung. Hier, wenn du mich so angreifst, dann sollst du auch mal sehen, was du davon hast. So. Hundchen. Dann bist du hier. Nee. Ich habe ja gehofft, dass wir rumlaufen und dann Bellen hören. Und dann würde ich da in die Nähe gehen und würde mich da umgucken. Aber vielleicht ist der auch in irgendeiner Ruine drin. Ups. Nein. Er ist jetzt schon wieder mit der Kamera. Was ist das denn? Wie? Hallo? Warum ist die Steuerung jetzt plötzlich so? Gut. Also, ich habe jetzt... Hallo? Ist irgendwas mit meiner Maus? Ist da irgendwie... Vielleicht Dreck im Sensor? Warte mal, ganz kurz. Ich puste den mal raus. Geht's jetzt besser? Vielleicht irgendwie Staub... Nee, hier geht's nicht weiter, weil die Karte zu Ende ist. Aber war vielleicht irgendwie Staub auf dem Sensor von meiner Maus. So, wir gucken mal. Ob's jetzt besser geht. Die einzige Stelle, die wir uns jetzt noch nicht angeguckt haben, das ist hier hinten. Und wenn's jetzt hier nicht ist... Okay. Geht's hier hoch? Nee. Ich denke ja immer, wenn die Musik weggeht, dass wir vielleicht so einen Bällen hören. Hier ist ja, glaube ich, so eine kleine Abkürzung da oben zu unserem anderen Halt. War das nicht hier? Ich glaube, da drüben steht noch eine Kiste. War hier nicht eine Abkürzung? Ich weiß es nicht mehr. So. Ist der vielleicht in der... Nee. Ja, ihr wollt mich alle angreifen, ich weiß. Ja, also, ihr könnt es auch sein lassen. Dann werdet ihr auch nicht... Also, ich greife euch nicht an. Wenn ihr mich angreift, dann greife ich natürlich zurück an. Ist ja ganz klar. So, hier mal gucken. Hier drin. Hundi. Der hat zwar nicht angegriffen, aber der sah sehr gefährlich aus. Okay. Ich habe jetzt hier den Hund aber nicht gesehen. Und wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Quasi. Warte mal, ich gucke noch mal ganz kurz in die Mission. Hm. 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 Jetzt haben wir schon fertig. Jetzt müssen wir in der Nähe gucken. Das muss also nicht unbedingt hier drin sein. Das könnte also auch hier oben irgendwo sein. Wir gehen mal ein bisschen höher noch. Kommen wir da oben drauf. Zu Dubel. Hm. in der Nähe des in der Nähe des Wastelands okay, da sind wir ja jetzt eigentlich hey, Noda, hast du den Hund gesehen? und? wohl eher nicht ja wir sind hier in der Nähe vom Wasteland diese Tür können wir nicht benutzen, oder? vielleicht müssen wir auch irgendwo reingehen wir müssen wieder Eintrittsgebühr bezahlen wenn wir hier reingehen wollen ah ne, das ist nicht der Eingang ja, das ist der Eingang und wenn wir hier reingehen wollen, müssen wir Eintrittsgeld bezahlen ach schade ich dachte, das ist jetzt mit dem Hund das machen wir so nebenbei kaputte Uhr, rede mit Lucy da könnten wir noch eine ein TÜV-TÜV platzieren da müssten wir noch mal so ein Ding bauen ja schade, ich dachte wir machen das einfach so nebenbei jetzt haben wir den ganzen Tag verschwendet weil der ist ja schon fast jetzt rum Mist hallo, äh, Remington wo ist der Hund? wir sind ein bisschen eine Frontier-Town wenn du westen von hier gehst, hast du die Peripherien in einem hurry manchmal wird ein wunderschöner Monster von dort entstehen also wir müssen immer immer... ah, schön in der Nähe des Wastelands da unten? ne der meint bestimmt innen drin aber jetzt ist es zu spät um 23 Uhr können wir nicht noch so eine Akzeption starten dass wir ich hab den schon mal gesehen den Mysterious Man der hat auch Sachen verkauft aber die waren gar nicht so interessant vielleicht haben wir hier so, hier mal gucken auf jeden Fall ist hier noch eine Kiste zweimal Marmor so, jetzt sind wir auch in der Nähe vom Basteland eigentlich hier hinter der Mauer ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir noch suchen könnten wahrscheinlich ist er aber dann in der in der alten Mine drin dass wir in die alte Mine reingehen können und müssen sollten tun und dann da den Hund finden rede mit Lucy ja, das können wir jetzt nicht machen vielleicht läuft sie oben rum da läuft jemand rum mit dem Fragezeichen aber meistens haben die ein Ausrufezeichen wenn die Mission schon abgeschlossen ist das war da wohl nicht das war der einzige ich glaube ja ich glaube da ist unser Gesprächspartner drin das wird uns jetzt noch angezeigt aber da es jetzt Nacht ist kommen wir da nicht rein wir können ja eh jetzt hier keine Läden mehr öffnen und so außerdem müssen wir auch gleich schon wieder ins Bett gehen und tatsächlich ist es heute so dass die Folge viel schneller gelaufen ist wir haben erst 19 Minuten verbraucht und wir müssen uns jetzt schon hinlegen aber ihr wisst ja wie das bei dem Spiel hier ist hier zählt tatsächlich ein Tag als eine Folge deswegen würde ich sagen wir sehen uns in wir sehen uns morgen wieder hier mit neuen Folgen und dann werden wir mal gucken dass wir hier ein bisschen mehr noch rausfinden ich muss leider jetzt ins Bett gehen und damit auch mich von euch verabschieden macht's gut wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge tschüss hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben vielen Dank fürs Zusehen und bis bald Mal zerstörlig zerstörl 前